Glaubenssätze sind Annahmen, die die Art und Weise beschreiben, wie du das Leben siehst. Was bedeutet das? Das ist Thema dieses Videos. Deine Glaubenssätze sind Annahmen, die du über dich, andere Menschen und das Leben hast. Sie beschreiben somit die Art und Weise, wie du die Welt siehst und interpretierst. Das liest sich etwas theoretisch. Der Grund, warum ich das zum Thema eines Videos mache, ist, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass es schon Sinn macht, sich damit mal zu beschäftigen. Das erste Mal davon gehört habe ich im Januar 2017, als ich im Rahmen meiner Maßnahmen wegen meiner Tinnituserkrankung für sechs Wochen in einer Tagesklinik war. Glaubenssätze hat jeder, sowohl positiv als auch negativ. Hier mal eine kleine Auflistung. Ich habe jetzt hier mal einmarkiert. Ich werde es sowieso nicht schaffen. Wenn es jetzt um Tinnitus geht, gibt es solche Sachen wie, da kann man eh nichts machen. Oder auch, das ist der Stress. Dann gibt es natürlich noch so ein bisschen Allgemeinere wie, da bin ich sowieso zu alt dafür. Da kommt dann das Thema rein so, macht es wirklich Sinn, mit 60 noch einen YouTube-Kanal zu machen. Das schließt natürlich nicht aus, dass es sich auch um realistische Einschätzungen handelt. Frage ist halt, ist es jetzt für die jeweilige Situation sinnvoll so zu denken oder ist es ein allgemeines Muster, was einem wirklich im Wege steht. Ich fand es für mich damals schon spannend, mir mal klarzumachen, was da bei mir so an Glaubensmustern sich im Laufe der Jahrzehnte so etabliert hat. In dem ganzen Zuge habe ich dann zwei Therapien kennengelernt, die ich ziemlich spannend fand und jetzt mal vorstellen will. In der Tageslinie gab es dann mal eine Veranstaltung, da ging es um das Klopfen. Peep. Ich habe hier ein Buch drüber. Also mal gucken, bitte klopfen. Michael Bohne. Da gibt es auch noch ein größeres, also ein ausführlicheres. Aber das kleinere reicht eigentlich zumindest, wenn man sich damit mal auseinandersetzen will. Das ist in erster Linie dafür gedacht, Stress abzubauen, wenn man zum Beispiel großes Lampenfieber hat. Also sprich, als Musiker, man hat ein Problem oder man ist sehr gestresst, wenn man vor Leuten spielen will. Oder man muss einen Vortrag halten, man muss eine Rede halten oder auch vor Sportereignissen oder was auch immer. Da jetzt genauer darauf einzugehen, würde den Rahmen dieses Videos sprengen. Wichtig ist, dass es in dem Zusammenhang um die fünf Lösungsblockaden geht. Sprich, was kann einem eigentlich im Wege stehen, dass das auch nicht funktioniert, also dass es bei allem, was man so versucht, doch nicht entspannter wird. Dazu auch eine kleine Tabelle. Die habe ich aus dem Buch rausfotografiert. Und da geht es um erstens Selbstvorwürfe. Dann zweitens Vorwürfe anderen gegenüber. Dann drittens einer Erwartungshaltung anderen Menschen gegenüber. Dann viertens man fühlt sich kleiner als man ist, also auch jünger. Also man ist 60 und kommt sich manchmal vor wie 16. Und Loyalität anderen gegenüber. Auch Leuten gegenüber, die eher negativ sind. Das Spannende dabei ist, ich habe da auch mit einigen Leuten da mal drüber gesprochen. Eigentlich sagen alle, du, ich habe alle fünf. Das heißt, da kann man schon mal drüber nachdenken. Das Zweite, was ich irgendwann kennengelernt habe, und zwar während meiner ambulanten Psychotherapie, ist die sogenannte EMDR. So, hier auch ein kleiner Screenshot. EMDR ist eine besondere Form der Psychotherapie. Mit der Methode können unter anderem die Folgen von psychischen Traumata behandelt werden. Da habe ich eine Geschichte dazu. Ein Freund von mir hatte mal eine ziemlich negative Erfahrung. Also ich sage mal Stichwort Nahkampf, Zweikampf. Da ging es also richtig, das wurde richtig lebensbedrohlich. Und er ist dann da noch rausgekommen, weil Leute ihm zu Hilfe gekommen sind. Und hatte dann hinterher gewaltig damit zu tun, das zu verarbeiten. Ich habe dann mit ihm telefoniert, also wegen einer ganz anderen Geschichte. Und dann sind wir auf das Thema gekommen. Und dann meinte er, dass ihm die EMDR geholfen hat, das zu verarbeiten. Also das fand ich dann ganz spannend, weil ich habe das natürlich jetzt in dem Sinne, Gott sei Dank, so noch nie kennengelernt. Und habe das im Rahmen meiner Psychotherapie mit meiner Therapeutin mal gemacht. Beziehungsweise die hat das mit mir gemacht. Und da geht es dann um so Augenbewegungen. Also da sitzt man sich gegenüber und die Therapeutin hat dann solche Bewegungen gemacht. Man folgt denen mit den Augen und währenddessen spricht man und dann passiert was. Was da genau passiert, würde jetzt auch wieder den Rahmen dieses Videos sprengen. Aber ich verlinke euch in der Videobeschreibung die Links erstmal zu den Materialien, die ich jetzt verwendet habe. Und auch zur PEP und zur EMDR mit YouTube-Videos oder sonstigen Infos. Fühlt euch frei in den Kommentaren, eure Erfahrungen mit den Themen oder vielleicht auch Fragen zu den Ganzen zu posten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, drückt den Abonnier-Button, dann bleibt ihr auf dem Laufenden. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und lasst euch nicht stressen. Das war's Gute und das war's Gute und das war's Gute.